Leute, in knapp 10 Stunden ist es wieder soweit. Die nächste Federal Reserve Zinsentscheidung steht auf der Tagesordnung. Doch wie wird Bitcoin auf dieses Newsereignis reagieren, auf diese höchstwahrscheinliche weitere Zinserhöhung? Ist das der Katalysator für den nächsten Down-Move? Darüber werden wir natürlich detailliert sprechen. Sämtliche Informationen, die du zur Zinsentscheidung brauchst, bekommst du hier natürlich an die Hand. Und wir beleuchten in diesem Zusammenhang natürlich auch wieder den DXY, den US-Dollar-Währungsindex, der erst einmal wieder an Stärke gewonnen hat, was natürlich auch zu einer Korrektur in Bitcoin geführt hat. Und last but not least, Leute, schauen wir uns die Real Bitcoin Range an in Form des M1 Money Supplies, wie die Korrelation mit Bitcoin zusammenhängt, was die M1 Senkung in den USA jetzt letzten Endes dazu bedeuten hat. Und natürlich auch auf globaler Ebene, all das im heutigen Update-Video hier auf der Crypto Wall Street. Falls dir gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du neu hier bist, lass gerne das kostenlose Abo da. Und starte jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading-Tag und lerne jede Menge rund um das Thema Crypto und Trading dazu. Und wir legen direkt los mit der Analyse. Let's go! Starten wir direkt rein mit Bitcoin in der 4-Stunden-Chart. Und aktuell ist wirklich noch die Ruhe vom Sturm hier auf den Crypto-Märkten spezifisch in Bitcoin zu spüren. Doch das kann und wird sich heute sicherlich schlagartig ändern. Ich gehe von viel Volatilität aus aufgrund des Katalysators. Der Federal Reserve Zinsentscheidung heute um 20 Uhr mit anschließender Pressekonferenz um 20.30 Uhr. Wir gehen da gleich im Detail darauf ein. Doch der gestrige Tag war erst einmal von Langeweile geprägt. Wir sitzen in einer Seitwärtsphase, nachdem wir am Montag aus unserer signifikanten einmonatigen Range nach unten hin ausgebrochen sind. Die Unterkante 29.500 US-Dollar wurde gerissen. Wir stechen in unseren Liquiditätspool rein und traden aktuell auch weiterhin unterhalb dieser Range-Unterkante. Soweit erst einmal nicht positiv zu bewerten. Und im gestrigen Update-Video, falls du nicht gesehen hast, schaust du dir unbedingt noch einmal an, haben wir folgenden kurzfristigen Fahrplan aufgestellt. Potenzieller Retest dieser Range-Unterkante mit anschließendem Drop in Richtung der nächsten Liquiditätszone. Was hat sich daran geändert? Schauen wir uns das gleich in der Chartanalyse detailliert an. Doch lasst uns einmal kurz über den heutigen Zinsentscheid sprechen. Um 20 Uhr ist es wieder soweit, Leute. Ziemlich genau in 9 Stunden 57 Minuten sehen wir die Federal Reserve Zinsentscheidung, die Bekanntgabe des neuen Zinssatzes. Und aktuell prognostiziert wird ein 0,25%iger Anstieg von 5,25% auf 5,5% beziehungsweise in die Ziel-Range von 5,25% runter oder hoch in diesem Fall bis 5,5%. Und ihr seht, die Einpreisung, die sollte bereits stattgefunden haben, denn knapp 98,9% der Marktteilnehmer gehen davon aus, dass es zu der Zinsentscheidung oder Zinserhöhung in diesem Fall kommen wird. Ich ebenfalls und von daher gehe ich davon aus, dass es bereits eingepreist ist. Was viel, viel spannender sein wird, Leute, ist wieder die Pressekonferenz hier von Jerome Powell um 20.30 Uhr. Falls du das Ganze live verfolgen willst, ich kann heute leider nicht live mit dabei sein. Das ganze Stream findest du einen Stream entweder auf der Federal Reserve Website itself oder letzten Endes auch auf YouTube von der Federal Reserve. Von daher auch gerne da unbedingt heute Abend vorbeischauen. Viel, viel interessanter sind die Worte, die in diesem Fall Jerome Powell während dieser Pressekonferenz zu Besten gibt, denn es ist natürlich noch offen, wie der weitere Zinsentwicklungspfad aussehen wird. In der letzten Sitzung wurde soweit erst einmal der Dotplot angehoben und das ist soweit erst einmal auch noch ein kleiner Dämpfer, Leute, denn der Dotplot signalisiert einen Zielkorridor von 5,5% hoch bis 5,75%. Mit der nächsten Zinserhöhung, die heute kommen sollte, stehen wir im 5,25%igen bis 5,5%igen Zielkorridor, doch noch nicht an der Dotplot-Marke. Und wenn wir uns die Probabilities hier einmal anschauen, die Meeting Probabilities, die Einschätzung wiederum der Marktteilnehmer, sehen wir natürlich eingepreist mit 98% oder über 98% die heutige Zinserhöhung, doch dann im September mit 79% eine weitere Zinspause, das auch hier im November, Dezember und Januar letzten Endes, soweit erst einmal expected, erwartet, doch die wirkliche Zielrate, der Dotplot signalisiert exakt diesen Zielkorridor und das könnte natürlich soweit erst einmal noch für Überraschungen heute sorgen, wenn Jerome Powell ganz klar weiter hawkisch spricht, weiterhin das Wirtschaftswachstum stark in den USA, sehen wir ebenfalls auch morgen in den Bruttoinlandsproduktdatenprognose von vorherig 2% auf 1,8%. Ja, ist ein leichter Rückgang, aber immer noch sehr, sehr stabil. Und von daher sollte heute die Rede hawkisch ausfallen, Leute, macht euch genau auf diesen Drop bereit. Schauen wir uns das jetzt kurz einmal aus Liquiditätssicht an, denn hier gehen wir jeden Tag ebenfalls darauf ein. Falls ihr die interessanten Liquidation Maps braucht, schau einmal kurz in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos, nach dem Link zu Telegram, da posten wir die täglich immer wieder aktuell rein. Und das ist ebenfalls einer der signifikanten Punkte, die mich weiterhin dahin stimmen, dass wir kurzfristig noch einmal mit einem Absacker rechnen müssen. Denn aus der Liquiditätssicht, der 7-Tages-Chart-Bitcoin-Sicht, sehen wir letzten Endes, dass weiterhin dieses markante Liquidation-Cluster unter uns liegt. 28.800 US-Dollar runter bis 28.650 US-Dollar liegt die meiste Liquidität und das würde natürlich soweit erst einmal kurzfristig tiefere Kurse bedeuten. Wie könnte das Ganze jetzt ausfallen, Leute? Schauen wir uns das ebenfalls noch einmal aus Liquidation-Level-Sicht an. Wir haben ja gestern folgenden Fahrplan potenziell aufgestellt. Retest, kurze Konsolidierung darunter, Yala-Abfahrt gehen Süden. Ist das weiterhin der Fall? Kann das passieren? Definitiv, Leute, denn wenn wir uns auch die Liquidation-Levels im spezifischen Eimer anschauen, hoch aggregiert, sehen wir die meiste Liquidität nach oben hin in folgender Bubble, nämlich über 50X, also mit Hebel, 50er Hebel Short Liquidations im Wert von 517 Millionen an der Preismarke 29.522 US-Dollar. Wo liegt dieses Level? Exakt an der Unterkante unserer Range. Also sehr, sehr gut möglich, dass auch heute während der Zinsentscheidung beziehungsweise während der Pressekonferenz Volatilität austreten wird und wir in diesem Fall dann einen kurzen Abgriff dieser Liquid sehen, um dann letzten Endes den Markt gehen Süden zu drücken, exakt in die nächste interessante Liquid-Zone aus Market-Maker-Sicht bei 28.800 runter bis 28.600 US-Dollar. Höchst spannend in diesem Zusammenhang ebenfalls zu betrachten der DXY, der US-Dollar-Währungsindex. Nicht der US-Dollar selbst, erwähne ich immer wieder für diejenigen, die neu sind auf diesem Kanal, es ist der US-Dollar-Währungsindex. Letzten Endes ein Basket, ein Korb an Währungen. In diesem Fall nimmt der Euro den größten Anteil in diesem Warenkorb ein und setzt das Ganze im Vergleich zum US-Dollar. Und mit einer Federal Reserve Zinsentscheidung, einer Zinserhöhung, sollte natürlich auch weiterhin der US-Dollar soweit erst einmal an Stärke gewinnen. Und zuletzt hatten wir über dieses signifikante Chartbild hier gesprochen. Wir befinden uns aktuell nach einem massiven Run-Up im DXY, was letzten Endes den Bärenmarkt hier in Bitcoin ebenfalls verkörperte. Mit anschließender Ziellevel-Erreichung, wenn wir von einem Level oder wenn wir an ein Level von unten nach oben heranstechen, gehen wir davon aus, dass in diesem Wendebereich, Zielbereich, der Markt erst einmal wieder zur Wende ansetzt. Das war letzten Endes hier der signifikante Up-Move von Bitcoin aus seinem Bärenmarkt tief heraus. Und aktuell befinden wir uns wieder in einer nächsten Bullischen Zone, einem Bullischen Wendebereich. Wir stechen von oben heran, wir reagieren heraus. Wir stechen von oben heran, reagieren heraus. Doch zuletzt, sehr, sehr interessant zu beobachten, ist folgende potenzielle Deviation, ein Fake-Out. Wir haben soweit erst einmal eine potenzielle Bodenbildung hier in den Regionen bei 101 Punkten im DXY gesehen. Doch letzten Endes ist der Markt nach unten hin ausgebrochen. Aus der Chart-Technik heraus und aus dem SK-System heraus völlig legitim, dass der Markt das macht. Wir dürfen natürlich das gesamte Level hier auskosten. Das heißt, der DXY könnte potenziell noch bis 97 Punkte fallen. Wäre völlig legitim, ohne den Bullischen Fahrplan hier vom DXY-US-Dollar zu zerstören. Das würde natürlich aufgrund der negativen Korrelation, wenn wir weiter tiefere Kurse im DXY sehen sollten, mit der negativen Korrelation von Bitcoin zum DXY, einen Pump in Bitcoin auslösen. Aktuell sieht es aber folgendermaßen aus, Leute. Wir stechen an unser zweites Level heran, darf der Markt machen und danach auch dann zum U-Turn ansetzen. Und das ist aktuell der Fall, wo wir gerade stehen. Wir sehen erst einmal einen vermeintlichen Ausbruch aus dieser Range bzw. aus dieser Unterkante und der Markt ist sehr, sehr schnell nach oben wieder gezischt. Dem einen oder anderen sollten Ähnlichkeiten auffallen. Genau das könnte auch hier in Bitcoin passieren. Von daher seid bitte vorsichtig mit potenziellen Short-Trades. Lasst euch die Bestätigung geben mit Abgreifen der Liquidität und letzten Endes nach Konsolidierung unterhalb dieser Range, um dann letzten Endes den Weg gehen Süden zu gehen. Denn sollte der Markt es genau so machen, also Bitcoin in diesem Fall wie der DXY hier, jetzt heute sehr, sehr schnell wieder hochzischeln und überhalb dieser Unterkante von 29.500 US-Dollar konsolidieren, dann stehen die Zeichen ganz klar auf weiteren Uprun hier für Bitcoin. Alles in Abhängigkeit. Natürlich auch der Worte von Jerome Powell, die wir letzten Endes jetzt im Vorfeld noch nicht wissen. Interessant, hier folgendes Szenario, eine Deviation, ein Fake-Out. Wir sind schon wieder zurück, überhalb dieser Unterkante Konsolidierung. Und wenn das passiert, Leute, boom, der DXY rennt ab mit potenziell hawkischen News von Jerome Chef oder Chef Federal Reserve, Chef Jerome Powell in Form von weiteren Zinserhöhungen, die angekündigt werden, sollten wir einen klaren Drop dann hier in Bitcoin sehen, um auch in unser kurzfristiges Trading-Level, ganz wichtig, mein kurzfristiges Trading-Level, Long-Level, ich bin nur long-orientiert, aktuell in Bitcoin, 28.300 US-Dollar runter bis 27.137 US-Dollar. Und sollte der Markt noch einmal eine signifikantere Korrektur einlegen, auch strukturell, absolut legitim und erlaubt, wir verlaufen in dieser hellgrünen Elliott-Welle, bullische Sequenz mit seinen Zielleveln, mittel- bis langfristig 35.300 US-Dollar hoch bis 39.100 US-Dollar. Diese Ziellevel sehe ich mittel- bis langfristig angelaufen werden. Und wenn der Markt noch einmal eine größere Korrektur einleitet, dürfen wir uns erneut im nächsten BC-Korrektur-Level innerhalb dieser Range langfristig positionieren. 25.600 US-Dollar runter bis 23.600 US-Dollar, genauso wie wir es in den vergangenen Wendebereichen getan haben. Falls ihr bis hierhin das heutige Video gefallen hat, ich einen Mehrwert liefern konnte, würde ich mich natürlich darüber freuen, falls du noch nicht gemacht hast, dass da einmal den Like-Button smasht und natürlich gerne das kostenlose Abo dalassen und Teil dieser geilen Community werden. Jetzt habe ich euch zum Abschluss noch ein Bonbon versprochen, in diesem Fall Follow the Money. Hier fragt der Jackis auf Twitter, Are you playing? Oder in diesem Fall nicht mehr Twitter, ist ja X gerebrandet worden. Are you playing the real Bitcoin range? Und was hat er hier abgebildet? In diesem Fall sehen wir hier den Bitcoin-Preis im Vergleich zum M1 Money Currency Supply, also die Geldversorgung in oder auf der gesamten Welt. Und diese Range ist sehr, sehr signifikant. Was sehen wir hier? Immer wenn der M1 Money Supply ansteigt, in diesem Fall, haben wir soweit erst einmal einen Bitcoin Bull Run gesehen. Genauso ist es hier passiert bis Ende 2017. 2018 ist das Ganze dann gedroppt, also auch der Money Supply, die Risiko-Assets, Geld wurde aus den Risiko-Assets gezogen. 2019, der ein oder andere, die ein oder andere kann sich an den ersten Uprun in Bitcoin erinnern. Auch hier wurde letzten Endes Geld in den Markt gespült, im Anschluss wieder herausgezogen. Das hier sollte jedem bekannt sein. Das C-Loch in diesem Fall. Hier sehen wir eine markante Steigerung der Global Money Supply, also der globalen Geldversorgung. Bitcoin rennt hoch. Auch diese Phase sollte jedem bekannt sein. Das Mai, Juni, Juli Korrekturloch in Bitcoin, wo es danach ebenfalls noch einmal zum Anstieg gekommen ist. Und jetzt zuletzt der Bärenmarkt, wo natürlich wieder Liquidität aus sämtlichen Märkten gezogen worden sind. Von daher definitiv nicht abzustreiten, diese starke Korrelation, positive Korrelation zwischen der Geldversorgung und dem Bitcoin-Preis. Wir sehen jetzt ebenfalls zuletzt diesen Run-Up hier von Bitcoin. Jetzt aber interessanterweise ist natürlich Folgendes festzustellen. In den USA nimmt dieser M1 Money Supply deutlich ab. Wir sehen eine Reduzierung des M1 Money Supply in Form einer Höhe von 10,2%. Das heißt, weniger Geld in den USA letzten Endes im Umlauf. Wie kann das jetzt aber zusammenpassen mit diesem letzten Up-Run hier in Bitcoin? Noch einmal hervorgeheben, Leute. Mir ist es wichtig. Bitcoin ist ein globales Asset. Und nicht nur auf die USA zurückzuführen oder auf die Geldversorgung der USA zurückzuführen. Nein, auf der globalen Money Supply Seite. Darauf ist es zurückzuführen. Wir sehen einen stetigen Anstieg des Global Money Supply einmal reingezoomt. In diesen Chart sehen wir dann diesen Ausschnitt. Exakt wo hier wiederum das Tief des globalen Money Supply erst einmal gefunden worden ist. Hier oben dieser kleine Piekser ist hier letzten Endes vergrößert dargestellt. Genau in dieser Region haben wir den Bitcoin-Bottom gebildet, Leute. Danach der Money Supply global angestiegen. Die Geldversorgung und soweit erst einmal auf Bitcoin hochgerannt. Jetzt sehen wir hier diese Konsolidierung seitwärtsphase, die wir auch zuteilen in Bitcoin immer wieder sehen. Und deshalb sehr, sehr stark davon abhängig. Nicht nur wie natürlich der Money Supply Geldversorgung in den USA aussieht, sondern primär der Global Money Supply. Und der ist soweit erst einmal auch weiterhin im Anstieg. Und von daher gehe ich mittel- bis langfristig auch davon aus, Leute, dass wir hier weiter steigende Kurse in Bitcoin sehen werden. Kurzfristig natürlich so eine Korrektur. Absolut legitim. Völlig erlaubt. Strukturell. Aus jeder Sehensicht her. Mit der Federal Reserve Zins Entscheidung ebenfalls. Nichtsdestotrotz das noch einmal jedem hervorgerufen. Das ist diese kleine Bonbon, die ich für dich hatte. Falls dir gefallen hat, ein Like-Button smaschen. Ansonsten gerne das kostenlose Abo dalassen. Wie gesagt, heute Abend kann ich leider nicht streamen. Aber falls du Infos stets zwischen den Videos brauchst, kann ich dir natürlich noch in unsere Telegram-Gruppe hier ans Herz legen. Ebenfalls der Link in der Videobeschreibung. Und ein letztes Major Announcement für diejenigen, natürlich, die bis zum Ende dran geblieben sind, Leute. Habe ich natürlich immer was parat. Hier seht ihr es zu meiner Linken in diesem Fall. Der Traders Treff in Main. Wir treffen uns mit der Community mit über 30 Leuten. Die Anmeldung ist jetzt letzten Endes gestartet. Findest du ebenfalls in der Telegram-Gruppe. Für Kost und Logis ist gesorgt. Wir sind in den Main-Terrassen hier in Frankfurt am 5.8. Ab 18 Uhr geht es los. Ich freue mich drauf. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Signed in. Und letzten Endes ist ganz wichtig, natürlich die UID hier von BingX hinterlegen. Das heißt, falls du noch nicht bei BingX registriert bist, geh ebenfalls in die Videobeschreibung auf den Link zu BingX. Kostenlose Registrierung möglich ohne KYC. KYC und noch zusätzlich Boni abstauben. Und du hast die Möglichkeit, letzten Endes bei diesem Trailer Treff dabei zu sein. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch, Leute. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.